ja und was geht aber jetzt kommen zu einem neuen video wie angekündigt Leute clever bot dritte Folge endlich mal und ja Leute ich würde sagen wir starten einfach direkt rein in die Konversation und schreiben einfach hallo und alles wie geht es hier gut weil ich weiß was Sonntag ist ich hab jetzt einfach mal so weit gut also soweit ganz gut so natürlich muss man ja auch hier fragen ob es der Person auch gut geht so und hat jetzt der Bot an dieser Stelle lost äh der clever bot hat geschrieben nicht so gut äh ich schreibe jetzt einfach mal warum Fragezeichen fühle ich Brotan fühle ich ich bin ganz bei dir ich habe liebes Brotan ist klar belastend habe ich bedroht alles klar ja hätte ich nicht gedacht wenn er sich bedroht hat das was dein Ex ist gerade das hätte ich nicht gedacht ich dachte jetzt das wäre dein Onkel das wäre eigentlich so ekelhaft wenn ich jetzt einfach still ich schreibe aber nein tut es mir auch eigentlich nicht ich schreibe es eigentlich nicht auf das Video eigentlich so ekelhaft ne eigentlich ekelhaft ich habe das Gefühl man hört mich gar nicht richtig ne ja doch ah ok ich muss ein Lotterien perfekt äh ich schreibe jetzt einfach mal immer doch ich schreibe jetzt einfach mal was ja genau erst mal Mast falsch geschrieben ja man ich denke was versucht zu beschreiben ne ah bitte schreiben du ja chillig same ich glaube nicht alles klar ja aha ok perfekt alles klar hm ja chillig ne an dieser Stelle hm ganz toll äh ich ich mache jetzt wieder diese Dinge wegen welcher Farbe und so welche ja genau Digga ich schreibe erstmal welche falsch ja man ja welche Farbe hat 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 mein ne tatsächlich habe ich den noch ich habe tatsächlich mein Nintendo noch hier ich habe ein äh 3DS XL blau weiß ich nicht warum perfekt hätte hätte sein ich habe jetzt einfach mal hätte ja sein können dass du es weiß ist blau meine ist tatsächlich blau hm wo wohnst du damit ich zu dir komme alles gar egal es geht wieder damit los Leute wir sind wieder bei dem quality content äh was Klammerbot angekommen ja ganz toll und wir sind unter 4 minuten yay yay quality content jaja das kannst du doch echt kein erzählen äh weil ich habe es aber auch ganz und ich wohne zu Hause k sagt mir wo du wohnst bitte nein sie sind muss dann zu Hause ich gehe nicht das zu zu dann komme ich nicht dankeschön aber ich habe jetzt einfach warum kenne mich jetzt wir kennen uns doch gar nicht nein heizl im maul bitte ich gehe gleich einfach von dieser Seite wieder runter ranlassen dann wir gehen nächste mal wieder nein nein nicht nein ich aus ja perfekt ja ich kann nicht mehr schreiben wusste ich dich auch nicht gut dann sagen wir uns ja nicht ja passt ok ey das war die stumpfeste konversation überhaupt okay warum warum so richtig auf abfakt weil ich nicht hast das ja ja genau alles klar was denn je tut was denn je tut ja mann also ich merke heute schreibt und schwierig warum nehme ich das auch ausgerechnet um halb acht abends auf juckt mich nicht alles ich habe gefragt du krass nicht krass nicht gefragt stopp ja genau alles klar klar lecker mann ist geburtstag dann bin ich geburtstag auch hat heller alleine alleine fpr was ist ich mache es einfach nur für youtube ein bisschen ich habe das gefühl wir sind bei einem neuen port oder so neues job was ich würde sagen wenn es ist diese folge gefallen hat dann lasst sehr gerne mal ein like und ein abo da aktiviert die glocke um nicht mehr zu verpassen und wir sehen uns im nächsten video wieder ich würde sagen haltet die ohren steif bis dahin bis dahin tschüssi